Es gibt tolle neue Sachen im Shop zu entdecken. Schau rein! Hallo, ich bin's der Sebastian und zeige dir heute, was es Neues in deinem Zoo zu bestaunen gibt. Für die Fleischfresser unter euren Tieren gibt es jetzt richtige Proteinbomben in Form von Fleischdrögen. Diese neue Futtervariante gibt es für jede Art von Außengehege. Zudem zieht ein neues Tier in deinen Zoo ein. Der Mantelpavian, der sich im Felsen- oder Savannengehege wohl fühlt. Ich wünsche dir viel Spaß bei MyFreeZoo und bis zum nächsten Mal. Es gibt noch weitere Videos zu MyFreeZoo, drücke den linken Knopf. Um das Spiel kostenlos zu spielen, klicke auf den mittleren Knopf. Um kein Video mehr zu verpassen, drücke den rechten Knopf.